moin moin meine freunde heute bombmänner dabei wird verdammt eng wir sind eigentlich mit so einem abstatt hinten dass ich nicht glaube dass wir es noch schaffen können höchstens wenn wir heute richtig kranken run haben naja wollen wir uns mal überraschen lassen wir gehen rein viel spaß also guck mal ich bin einer der schlechtesten diese woche weil ich diese woche einfach dully gemacht habe aber ist egal wir werden heute ein bisschen mit concentration spielen aber auch nicht zu viel auch nicht zufällig ich gebe mich damit zufrieden dass ich absteige ja was machen wir freunde earthquake ich mach die ja ich krieg nicht mal die mauer auf perfekt wir spielen einen earthquake und mach digga selbst mit dem earthquake krieg die mauer nicht auf ich hab keine ahnung ich will hier ein earthquake naja doch und ein bomber dann sind die mauern auf es ist halt wirklich verdammt unmotivierend wir steigen halt eh ab es ist halt im prinzip wirklich so egal was wir machen heute ja einfach sweet wann würde ich jetzt auch nicht machen es sieht halt jetzt schon wieder verdammt schlecht aus ich bin ein bomb meiner jetzt haut der goblin ab und nervt ein bomber und ein riese so ich bin ein bomb meiner hierhin und holen uns auf und spiel zwei bomber bomba so und muss die switch ist digga dieser x-bogen der nervt mich schon extrem muss ich sagen was geht mo was geht wir gehen auf minions als sechster einheit ist zwar nicht so geil aber ist okay wie viele sette ich sind heute ganz so 19 also man konnte sich im epic launcher so eine testversion holen warte wir gehen da gleich mal zusammen rein das ist scheiße digga warum krieg ich denn nur prinzen nach ich hab doch noch alles ich weiß nicht was ich machen soll freunde und dann noch earthcracking es ist ein graus es ist ein graus ich bin bei stage 4 und schwimme gefühlt es ist ein overkill digga es ist ein overkill ich werde bescheuert das ist eine bomb meiner stage nur ich habe keine gescharchten bombminer ist natürlich geil wenn man keine gescharchten bombminer hat ich muss meine bombminer erst durchscharchen und jetzt kommt ein bombminer nach da wo ich ihn nicht will und es kommt noch ein bombminer nach ach gut ist das wir haben auch das ist der gas ist keine ahnung konzentration wir müssen einmal switchen das wird heute wieder keiner ach der gas ist wirklich Mein Marius Ja, ich kann halt nicht mal Bomben meiner nehmen Ja, ich kann den hier machen Und dann theoretisch sogar noch einen Bomben meiner einzeln spielen Der wird mir aber wieder meine Truppen wegficken Also muss ich einmal switchen, damit ich einen Prinzen einzeln hab Oh, damit hab ich die Station nicht mehr geklärt, wegen dem Skate Okay, komm Bomben meiner Ja, läuft rückwärts Ja, keine Ahnung Prinzen Reicht nicht mal Ach Digga, ich lass den Kopf nicht fallen Also ich find mich doch damit ab, also wir steigen ja eh ab Wir steigen ja eh ab Twitter ist down Hm, nochmal zwei Bomben wegen den Skeletten Ja, reicht immer noch nicht Digga Komm Es ist ein Graus Das kannst du keinem erzählen gerade, was hier passiert Komm, Bomben meiner werden zu viele Wir gehen mit Prinzen rein und spielen danach einfach Minions auf entspannt Ah, oder auch nicht, weil das Skelett die Minions frisst Ist natürlich gut, dass die Minions sogar geblässt sterben Natürlich Ah, hat nicht mal was gebracht, die kommen nicht mal zum Skelett Sehr geil, jetzt kann ich noch einen raushauen Ja Ja, Freunde, das war's Das war's Och Mann, ist das demotivierend, wenn man eh weiß, dass man absteigt Das war's Das war's, Freunde Wenn man eh weiß, dass man absteigt, ist das auch echt öde Irgendwie Wir safen uns die Tokens Ja, zwölf Stages ist Arschretze, Digga ist gar nichts Nothing Es demotiviert aber momentan auch nur noch Oh, guck mal, schaffen wir sogar noch Wir können sogar noch einen freistellen vielleicht Ach, keine Ahnung, ist auch egal Hier endet die Reise dann aber Ja, Freunde, das war's für heute Ja, Digga, ist demotiviert momentan Wir steigen halt safe ab, das macht halt eh keinen Sinn 54, ja, Digga, die anderen haben auch 54, die noch nicht angegriffen haben Ja, meine Freunde Was soll ich da großartig noch zu sagen? Ich würde behaupten, wir brauchen dringend was Neues Wir brauchen das Update Es ist wirklich momentan nicht so geil Ich wünsche euch was, bis morgen Haut rein, meine Freunde, bye, bye, euer Absalte Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal